Prinz Harry sprach über seine Frau Megan Makele, als er am Samstagabend die Invictus Games in der Merkurspiel-Arena in Düsseldorf eröffnete. Der jüngere Sohn von König Charles gab bekannt, dass Megan Makele dieses Jahr bei den Invictus Games für Nigeria anfeuern wird, nachdem sie herausgefunden hatte, dass sie nigerienische Abstammung ist. Harry sagte, wir freuen uns auch sehr, dass sich uns neue Nationen anschließen. Lassen Sie uns das für Kolumbien, Israel und Nigeria hören. Ich sage nicht, dass wir zu Hause die Favoriten sind, aber da meine Frau herausgefunden hat, dass sie nigerienische Abstammung ist, wird es dieses Jahr wahrscheinlich etwas wettbewerbsintensiver. An dieser Stelle sei erwähnt, dass Megan Makele letzten Oktober in ihrem Archetypes-Podcast enthüllt hatte, dass sie zu 43% Nigerianen sei. Ihre Anspielung auf Megans nigerianische Herkunft erfolgte am Ende einer siebenminütigen Rede zur Begrüßung der Teilnehmer der einwöchigen Sportveranstaltung. Allerdings war es ihm peinlich, als er Megan in seiner Rede erwähnte, weil niemand klatschte. Der Großteil des Publikums verstand es nicht und Harry deutete an, dass Megan das Team Nigeria und nicht das Team USA unterstützte. Wo ist also der Beweis für Megans nigerianische Herkunft? Sie hat gerade die 43% aus einem Hintern herausgeholt, weil sie im Podcast einen Nigerianer interviewt hat. Da auf der anderen Seite 100% Weiße und auf der mütterlichen Seite weniger als 100% Schwarze sind, ist es höchst unwahrscheinlich, dass sie auch nur annähernd 43% Nigerianen ist. Es ist erstaunlich, dass sie sehr zweifelhaft behauptet, sie hätte plötzlich herausgefunden, dass sie Nigerianen ist, und als sie dann gefragt wurde, welchem Stamm sie wahrscheinlich angehöre, sagte sie, naja, ich fange gerade erst an zu lernen. Das alles zeigt, dass sie völlig unwissend und gleichgültig ist. Sie lernte nicht, einen Knicks zu machen, bevor sie die Royals traf, sie machte sich nicht die Mühe zu wissen, aus welchem Teil Afrikas ihre mütterliche Seite stammt, bei Kirchenbesuchen trägt sie schlichte Kleidung. Jemand könnte erwähnen, dass eine andere Hälfte Nigerianer war, solange er Nigerianer war, aber aus heiterem Himmel zu behaupten, dass seine Frau nigerianische Vorfahren hat, ist durchaus bedeutungsvoll. Die Pointe war, dass die schwache Verbindung zu Nigerian wegen dazu bringen würde, Nigeria zu unterstützen, was keinen Sinn ergab. Warum also sagen? Vielen Kommentatoren ist aufgefallen, dass sie für einen Karriere-Relunch versucht, sich als farbige Frau umzubenennen, daher der ganze Beyoncé-Unsinn. Es ist die einzige Bevölkerungsgruppe in den USA, die noch auf einer Seite zu stehen scheint. Es ist zutiefst beleidigend, sicher, sie hat gespielt, als wäre sie weiß, aber jetzt ist sie plötzlich eine stolze farbige Frau, die Geld verdient. Laut einer neuen Umfrage von Newsweek ist Prinz Harry zumindest bei den Befragten in den USA etwas beliebter als seine Frau. Im Rahmen der Umfrage wurden zwischen dem 3. und 4. September 1500 Erwachsene zu ihren Gefühlen gegenüber den Ex-Royals befragt. Dabei kam heraus, dass 33% der Menschen ihre Abneigung gegenüber Makel äußerten, während 31% das Gegenteil sagten. Dies gibt ihr einen Netto-Zustimmungswert von minus 2. Der ehemalige Sud-Star hat im Vergleich zur letzten Royal-Umfrage des Outlets im Juni 8 Punkte verloren. Andererseits mochten 39% der Menschen den Herzog von Sussex und 27% mochten ihn nicht. Dennoch verzeichnete Harry auch einen Rückgang der Fehn-Zustimmung seit Juni, als er bei 18% lag und jetzt bei einer Netto-Zustimmung von 12% legt. Newsweek berichtete, dass Makel bei den 18- bis 26-Jährigen beliebter zu sein scheint, die ihr eine Gesamtbewertung von 19% gaben. Allerdings gaben ihr Babybumme im Alter von 57 bis 75 Jahren eine Bewertung von minus 7. Allerdings gaben ihr Jaume im Alter von 18, normalerweise auch ein schlechter Hinweis mit der auf 죽engende Ausmaßung von 24. Allerdings gaben ihr Babybumme im Alter von 25. Also gaben ihr Babybumme im Alter von 18, 19% die tytisch noch ein paar krise und niedriger Linungen wie ein Kabel des 19. Jetzt gibt's die Frage, dass ihr den沒事 entstanden habt. Jetzt haben wir die Schmutzung von 14.